Hans und Gruß, denn so grüßt mein Gutfreund und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur Vorstellung einer neuen Epoche. Eine Epoche erklärt heute mit dem Barock und da gucken wir uns die geschichtlichen Hintergründe an, die Motive und, naja, ein paar Leute, die das so bewegt haben, beziehungsweise ein paar Werke, die man sich hätte durchlesen sollen. Deswegen kommt das Video jetzt. Viel Spaß! Der Barock ist mit seiner Zeitspanne von 1600 bis 1720 eine der längsten Literaturepochen. Und Barocko, das ist aus dem Portugiesischen und heißt so viel wie seltsam, komisch geformte, gekrümmte Perle. Zu der Wortinterpretation kommen wir aber nachher noch in den Hintergründen. Jetzt erstmal zur Historie. Und zur Historie ist auf jeden Fall zu sagen, Absolutismus, 30-jähriger Krieg, Katholiken und Protestanten. Das sind so drei Begriffe, die einen damals beschäftigt haben. Absolutismus, das ist das Ding, wo ein Typ im Staat die ganze Macht hat. Er ist der höchste Richter, er ist der höchste General und er ist auch der höchste Politiker. Er kann alle Fäden und Stricke ziehen. Vor allen Dingen haben wir da Ludwig XIV, der natürlich die Ikone des Absolutismus ist und zu dieser Zeit in Frankreich herrscht. Auch der 30-jährige Krieg, das ist so ein zentrales Thema für diese Menschen in dieser Zeit von 1618 bis 1648. Man muss sich das einmal vorstellen, es hat Leute gegeben, die in ihrer ganzen Lebenszeit, wenn sie in Deutschland gelebt haben, nur Krieg mitbekommen haben. 30 Jahre lang, das ist irgendwie auch schon ein bisschen, das bewegt die Menschen. Nun ja, dieser Großkonflikt zwischen Schweden und Frankreich und auf diesen ganzen deutschen Gebieten, Wallenstein sollte auch so ein Begriff sein, der da irgendwie fallen muss. Dieser Konflikt, der rafft die Hälfte der deutschen Bevölkerung weg, legt Gesamtdeutschland in Schutt und Asche und ist auf jeden Fall ein prägendes Ereignis für die Leute, die ihn noch überlebt haben. Der dritte Stichpunkt, Katholiken, Protestanten, das spielt auch so ein bisschen im 30-jährigen Krieg mit, das hat auf jeden Fall mit der Reformation von Luther angefangen und von Johann Hus. Die beiden großen Reformatoren, die so versucht haben, sich von der katholischen Kirche abzuspalten. Und jetzt gibt es immer mal wieder Aufstände, immer mal wieder Anfeindungen. Man hasst sich und bekämpft sich auf offener Straße. Und das spiegelt sich nicht nur in Fachliteratur, sondern auch im einfachen bürgerlichen Spiel wieder. Naja, und so sind diese drei Stichpunkte maßgeblich für diese Zeit in diesen 120 Jahren. Allerdings hat man auch drei Motive entwickelt, die sich eben daraus hervorbringen. Das wäre zum einen Carpe Diem, nutze, genieße den Tag. Momentumori, erlebe den Moment, lebe das Leben, lebe den Zeitpunkt. Und Vanitas, das Gefühl der Vergänglichkeit. Diese drei Begriffe, vor allem in Carpe Diem, das ist ja auch irgendwie so ein moderner Sinspruch, diese drei Begriffe sind Leitmotiv für die ganzen Werke im Barock und versuchen so die Stimmung der Menschen damals aufzufangen. Denn man kehrt so ein bisschen ab von dem kirchlichen Glauben, von einem Leben danach, weil man sich unsicher ist, ob es das Leben überhaupt gibt. Vielmehr will man das jetzige Leben, also das Leben, was man jetzt hat, das will man leben. Und so ist vor allem auch im Hinblick auf den 30-jährigen Krieg immer Angst um den Tod. Man will auf jeden Fall nicht sterben, beziehungsweise es herauszögern. Und so ist man seiner Vergänglichkeit immer bewusst. Man will nicht so mehr auf dieses ewige Leben peilen. Diese zerrissenen Lebensgefühle der damaligen Zeit machen sich vor allem in den Werken und in den Themen, die sie behandeln, deutlich. Die Themen werden dabei immer antithisch aufgebaut. Das heißt also, man hat ein Part und ein Gegenpart, an dem man sich irgendwie orientieren kann, an denen irgendwelche Grenzen gesetzt sind. Die Extreme, das sind vor allem beliebte Motive wie Sein und Schein, Diesseits und Jenseits, Ewigkeit, Vergänglichkeit, natürlich Leben und Tod. Und dadurch, dass man eben diese zwei Ankerpunkte gesetzt hat, versucht man so ein bisschen dem Chaos und den Wirren dieser Zeit entgegenzusteuern. Die Menschen wollen sich etwas an irgendetwas orientieren, sich sicher fühlen und nicht immer Angst vor irgendetwas haben. Und diese Hoffnung auf eine Konstante im Leben, die setzt sich auch so ein bisschen in der Literatur wieder. Vor allem den Martin Opitz schreibt 1524 ein Buch über die deutsche Poeterei, in dem er versucht, irgendwelche Maßregeln, irgendwelche Ordnungen in diese Poesie zu bringen. Und zwar gibt er da ganz konkrete Richtlinien, wie ein bestimmtes Genre behandelt werden muss, wie das Reimschema da aussieht, welches Versmaß verwendet werden muss und wie sich das alles zu reimen hat. Man darf nicht davon abweichen und das erwartet der Leser und Zuhörer auch in dieser Zeit. Es gibt nur ganz selten ganz leichte Abweichungen davon und das ist auch, naja, nicht so gern gesehen, weil es einfach künstlerisch unsauber ist für diese Zeit. Natürlich gibt es da auch wieder eine Kontrastbewegung, die vor allem von Johann Christoph Gottscheid herangezogen wird, der eben Kritik an dieser barockischen Dichtung übt. Wichtige Namen für diese Zeit sind Martin Opitz, Paul Flemming und Christian Hoffmann von Hoffmanns Waldau und die machen sich vor allem durch Werke wie Kleopatra, Der deutsche Bauer oder eben das Buch über die deutsche Poeterei berühmt. Zuletzt sei noch gesagt, dass der Barock sich nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Kunst, in der Architektur widerspiegelt. Das heißt also, vor allem beim Schlösserbau achtet man darauf, dass alles schön symmetrisch ist, alles schön in Form ist. Dabei stellt sich nun die Frage, ob der Inhalt oder die Aussage, die die Kunst und Literatur übermitteln will, der Form hinten ansteht oder ob die Form gerade Mittel ist, um Inhalt und irgendwelche Aussagen zu treffen. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber die herrschende Meinung ist, dass hier Literatur und Kunst nicht für die Form, für Formschönheit da ist, sondern eine Aussage treffen soll, Inhalt wiedergeben soll. Und damit bände ich auch dieses Epochenvideo. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, beziehungsweise lasst doch mal einen Kommentar, beziehungsweise Dislike-Like da. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder und ihr stöbert hier auf dem Kanal rum. Bis dahin, die Linke zu Gruß. Herzerei, Freunde. Sagen nehme. Und ich hoffe, Kolleginnen예요. Ich hoffe, ich sehe euch' über den Kanal travaillern. bis dahin.